und als schwimmen wir wieder aus wie ihr sehen könnt ich habe gerade meine komplette hier gibt es ein neues update bzw ein neues update denn man kann jetzt irgendwie ein d eine demo von einem dlc spielen und wo ich mir einfach mal dachte komm machen wir es als erstes machen wir mal jedes liga und irgendwann mal das blaue da hey ich muss das haus fertigstellen dass ich vor kurzem gekauft habe der designstil den ich will scheint vielleicht nicht zu einem rocker zu mir zu passen aber keine sorge ich werde dir ein paar ein paar referenz fotos schicken für den auftrag wirst du natürlich auch anständig bezahlt peace johnny wop ihr wisst was ich mache ja immer rein in diese aufgabe kann sich hinkommen in dem lucid ach wusste ich aber schon also so sieht anscheinend dieses haus aus also das ist eine demo so steht das auf jeden fall da keine ahnung man kann irgendwie jetzt das spielen so wenn man nur aus über hat ich hoffe ich krieg es nicht hin in dem fall es ist das ist das ist das ist es ist Ah, der wird schon wieder vergessen. Du kannst vielleicht fragen, warum ein grösser Rockmann so ein Haus eröffnet. Es ist einfach. Ich brauche einen Ort, um meine Musik in Frieden zu schreiben. Auch der Pool ist ziemlich cool, hm? Nicht zu nennen, die Sicht. Schau, du kannst sogar meine Yacht sehen. Was ist handig, wenn mein Kind da eine der Partys anbauen will. Okay, yo. Yo, warum sieht das denn so aus? Yo. Das ist doch nur ein DLC, oder? Naja, es sieht ja komplett anders aus. Hilfe. Wegwerfen, ja. Okay, reinigen die Verschmutzung. Ja, die liegt hier. So. Die liegt hier, sage ich schon. Wie ist da? Hier ein bisschen. Noch 5%. So. Immer noch 5%. So, wenn hier noch Schmutz sein. Ah, da. So. Gegenstand kaufen. Gramm ist ein Bodenbelag. Wegen Wandbelag. Äh, grau hat er irgendwie gesagt. Keine Ahnung, ich mache jetzt mit dem Boden. Äh, ja, scheiße, ich habe es schon wieder vergessen. Ich mache einfach mal das. Keine Ahnung, ob es richtig ist. Aber ich mache es einfach mal. So. Hallo. Hallo. So. Hm. Ja, habe ich. So, Wandbelag wählen. Da mache ich einfach mal grau, weil er irgendwas mit grau gesagt hat. Keine Ahnung, ob es richtig ist. Ich mache es trotzdem einfach. Äh, naja, mit einem Besen kann man es schlecht streichen. So. Also irgendwie ist das ja eine Demut davon. Also ist ja nicht das komplette DLC. Oder, ja, keine Ahnung. Zumindest steht es da so. Keine Ahnung, ob es dann richtig ist. Das ist die Frage. Schön den lila Ton hier überstreichen. Am besten auch vernünftig und nicht so. So. Und dann hier noch. Zack. Weg damit. Ey, man muss echt hier irgendwie die Dinge auswählen. Aber ich habe halt alles vergessen. Das ist ein Tisch. Ähm, Möbel wählen. Sitzmöglichkeit 2 und Tisch. Okay, das hier ist ein Tisch. Ähm. Ah. Nehme ich einmal so. Neh, das sieht scheiße aus. Was würde ich? Ne, sowas. Okay. Stühle. Neh, doch hier, ne. So. Lampe. Nehmen wir einfach mal das hier. So. Das soll irgendwie Rocker-Dings sein, ne? Ah, ne, das ist ein Vasen. Wann hat eine Rocker eine Vase? Ne, geil. Toppflanzen. Ah, hier noch ein Licht-Dings. Äh, da kommen wir ja dasselbe. Toppflanzen. Aha, Toppflanzen. Toppflanzen. Ach, ne, da steht Toppflanzen. Junge, da dachte ich das doch. Eins, zwei, drei. Helps-Lichtschalter. Achso, das muss ich so kaufen, glaube ich. Warum drei Stück? War an jeder Tür ein. Ich komme einfach jetzt an jeder Tür ein. Da noch und hier auch. So. Okay, Wohnzimmer ist fertig. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hin. Wann wird hier erstmal alles weg? So, streichen mit dem Farbenweiß. Reicht eine M. Was soll das hier werden? Ich bin ja auch nicht. So. Okay. Ja, so ist richtig. Und warum nur zwei, ne? Achso, wir gehen da oben. Jetzt ist es zu 100%. So, Bodenfliesen. Wie hier, okay. So, fertig. Wasserstand der... Warte mal. Da muss ich kurz selber gucken. Wasserstand der Toilette. Badewanne. Spüle. Okay, dann mache ich die Badewanne. Hier nehme ich an den Rand. So. Kann ich dir auch direkt montieren. Jo, warum so groß? Ja. Wir sind ein bisschen falsch herum, aber passt schon. Soll ja eh nicht mein Haus werden. So. So hätte kann ich hier hinsetzen. So. Kann ich auch direkt verkaufen. So. Zack, zack. So. Ein Spülbecken, der kommt hierhin. So. Warte, dann muss ich hier noch aufdrehen. So. Warum kommt da jetzt schon was raus? Noch nicht mal irgendwas angedreht oder so. Egal. Mann. Jetzt so. Lederspiegel. Was ist das hierhin? Oh. Passt. Ja, ein Lichtschalter kommt hierhin. So. Ja, ist sehr dunkel, aber egal. So, das kommt hierhin. Toilettenpapier kommt natürlich hier, da wo die Toilette ist. Wer hätte es gedacht? Das kommt hier drauf. Das kommt hier drauf. Das kommt da hin. Und dann noch da hin. So, Padezimmer fertig. Und das machen wir später. So, Padezimmer fertig. Dann gehen wir hier in diesen. Ja, das ist die Garage. Okay, so. Was ist denn das hier? So. Da sollen wir nur die Verschmutzung reinigen. Garage fertig. Das fertig. Dann, ja, dann können wir jetzt hier rein. Boah, hier liegt auch wieder so viel Müll rum. Werkzeug, ja. Gegenstand verkaufen, alles. Ich verkaufe hier einfach alles. Hopala, Leute. Leider hört man das, glaube ich, im Mikrofon ein bisschen, was ich hier drücke. Eine hört man doch nicht. So, Gegenstand verkaufen. Ein Lichter. Birne. Birne und noch eine Birne. So, ein Lichter. Wo ist denn hier ein Lichtschalter? So, eine Glieferschmutzung. Gerne doch. So. Mhm. Hier finde ich gerade irgendwie nix. Hallo, wo soll denn die Verschmutzung sein? Hä? Hä? Ah, hier. Dacht das doch mal jemand. So. Bodenfliesen. So. Und zack. So. Gegenstand kaufen. Ach, weinige. Küche. Wie kommt hier hin? Platziert das hier mal kurz alles erst mal. Genau. Das hier habe ich gesucht. So. Kommen sie mit. Das hier. Kommt hier schön an der Seite. So. Passt das hier hin? Passt schon. Das muss da hin. So. Ich glaube, das sollte nicht hier hin. Aber ich mache das jetzt einfach hier hin. So. Glühschrank kommt hier hin. Wieso? Sieht aber auch geil aus, ne? Wie viel Arbeitsfläche brauchen die denn? Das ist glaube ich so eine... Immerseel, die kommt da hin. So. Drei. So. Zack. Kommt hier ein schönes Foto hin. Keiner weiß noch, was das sein soll. Ah, das ist ein Teppich. Egal, der bleibt jetzt dort. Drei. Dann hier noch eine Pflanze an der Seite. Einen Tisch. Der kommt hier hin. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Zack. So. Und noch auf den Tisch. So. Das kommt jetzt hier hin. Am besten für so. So. Kommt hier noch ein Tisch hin. So. So. Boxen. Weiß ich nicht. Ich muss jetzt mal den Fernseher hin produzieren. So. Der Fernseher kommt da hin. Kommen die Boxen. die hinter. So. So. Und so. Hängen das Rekal. Dahin. Und da. Und Lichtschalter. Keine Ahnung, warum man das unbedingt braucht, aber egal. Okay, das hier machen wir in der nächsten Folge Leute, wenn es euch gefallen, lasst gerne ein Liken, ein Abo und ein Kommentar da, schaut euch auf den Discord selber vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Habt einen Traum auf den Tag, haut noch hinter, euer Sando. Ciao, ciao.